Ich sehe, wo du zuhörst, gut. Wird jemand, um es zu mir zu erklären? Beide bereit, das größte Ding, das du jemals gebaut hast. Was? Wir werden eine Tauere von Dürbchen all den Weg nach die Skye-City. Das wird gut. Grab so viel Dürbchen, wie du es kannst. Es könnte eine Weile dauern. Er wollte Lukas. Was ist los mit Lukas? Das reicht doch niemals. Sicher? Ah, Portal. Besser. Obwohl, warte mal. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was sind die Wahrheit? Es ist die andere Hälfte der Portal, die mich hierher gebracht hat. Man, was ein Rieses. Ich meine, als du das Flin und Steele zurückkommst, sollte es ein straighter Weg nach Hause kommen. Und du verletzt bist. Klar. Ja, das ist gut. Will do. We have a city to save. Are you ready? I believe so. And when I get up there, I'm going to tear those blaze rods limb from limb. Oh, and Jesse. I appreciate what you did up there. Trying to save me. Hang down to rekenen. Können wir es mal bauen hier? Ihr seid echt zu langsam. What the fuck? Oh man, das kann ja nur... Echt mal. Wey! Wey! What the shit? Das ging schnell. Wey. Die geben es aber richtig. Nice. Wow. Oh shit. Echt jetzt. Knappe Geschichte. Was für Honks, äh. Wie assi, äh. Reggie. Reggie. Nice. What is going on here? This city is under attack by monsters, ma'am. Everywhere. They seem to be coming from inside the palace itself. Come on, we need to stop him. I'm sorry, Jesse, but I have to save my people. Take care of yourself out there, okay? And to you as well. Jesse, you're alive. Please, can you help us? Hang tight, Milo. Yeah, hang tight. Bam. Bam. What? Stand and roll. Yeah, nice. I'll do. I can't wait to hear all about it later. I've got to get to the palace. Thank you, my friend. See you on the other side. Ah, Mr. Let's Play. Episode 5. Season 1. How did you like that, huh? Blaze Rod! Yeah. Mit mehr langen, ihr Wichser. Oh. How's I am? Erst gedacht, huh? Bish? Oh. What? Ah, nice. Aiden has taken over the palace. He's holed up in the throne room, throwing those spawn eggs everywhere. No one could get inside. Yeah, he's tot. I know. Jesse, take one of these. They're all locally sourced and handcrafted. I use only the best ingredients. Got any potions of invisibility? Here. Here. Damn. Can't stop what you can't see. So sieht's aus. Wo muss ich eigentlich hin? I don't know. Ah. Eigentlich wollte ich ihn schlagen. Damn it. Bam. You went down. You're alive. You're alive. He's the founder with you. Arschloch. What the? What the? Bam. That's the Reggie. Not one more step. I killed you once. I can do it again. You thought you could just kick me off the edge? Unfortunately for you, Aiden, I'm pretty tough to kill. Just die already. Der ist ja mal hart drauf. Der ist ja mal hart drauf. Bam. Oh man. This was supposed to be my world. You ruined it. Listen to yourself. That's insane. ach komm schon du ja genau ja da geht es dir nicht ab im regen bye du kannst du nicht sagen du kannst du nicht Aden ich dein Vater What is happening? Holy shit. Hör doch einfach auf, Mann. Der stirbt. Die Musik sagt's eigentlich schon, oder? Also ich will's nicht im Chat schreiben, bitte. Okay. Wait, 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 hang on, hang on. I, I, I surrender, I surrender. We can talk about this, right? Here, here. You want your flint and steel back, huh? Take it, it's yours. Just, please, don't hurt me. You did it. If you leave me here, I'll die. I thought you were the good guys. Get moving, you're coming with us. Thank you. Thank you, Jesse. More than you deserve, frankly. Ja, ja, schon. Also sterben lassen will ich jetzt nicht unbedingt. Nicht so. Oh, shit. Oh, man. . You retrieved the Eversource. Yes, ma'am. Everyone, stay together. Jesse, there you are. Jesse, the situation is getting out of hand. We simply can't stop all the monsters and protect my people. So long will we stay here, the more danger my people will be in. Wir müssen einen Weg finden. Die Waterfalls. Die Waterfalls können uns zur Sicherheit bringen. Was? Bist du verrückt? Die Waterfalls werden uns einfach in den Vöiden. Wir werden sterben wenn wir da unten fallen. Aber es gibt nichts als Monster hier. Du musst nur mich glauben, ok? Ja. Du musst nur mich anschauen und folgen meinen Weg, ok? Was? Ja. Auf Wiedersehen. Bye. Ich habe das Land auch gesehen. In Wahrheit, ich werde es euch zeigen. Tschüssi. Und vergiss das Hühnchen nicht! Bäm, ringgeschubst. Das ist wieder unlustig, ja. Ja, 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 ja. King Chicken, genau. Blub. Na, Dünchen. Bauen. 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 Ich glaube, sie hat es gut gemacht, als ich sie gesagt hat, dass sie nicht mehr als Eversource sein muss. Was werden wir jetzt mit dir machen? Was werden Sie jetzt machen? Besides, weiter zu sein, natürlich zu sein, aber das war ein Gelegen. Are Sie gonna sete ihr frei? Ich versuche, aber sie hat immer wieder zurückgebracht. Wir haben so lange zusammengebracht, ich glaube, wir brauchen uns jetzt. Nach so lange zu sein, wir können nur Issa und ihr beste Freund, Benedikt. Ah, das ist ein Mann. Was eine closed-mindedne Attitude. Jesse, ich würde mich sehr honnend, wenn du das hier nehmen würdest, als ein kleines Wettbewerb von unserer Gratitude. Danke. Kommt, Benedikt. Wir haben viele Spiele vor uns. Well, there goes the Eversaurs. Off to Cluck and Beckett Seeds for the rest of its valuable life. Hey, Jesse. You okay? Jesse? No, I just saw those pigs. Oh, yes. He would be really happy to know you're still having adventures like this. See? Just like I told you. One portal back home. I just can't wait to put this whole world behind us. Oh, is someone being grumpy? No. A little. I was just hoping for a real treasure is all. My stock's no proper treasure. Although I wonder what would happen if you put that tiny crown on a different chicken. Winzige Krone. Come on, guys. Let's go home. We don't axle and Olivia here when we've been. They'll never believe it. It. That's not what I was expecting. Ah, okay. Wow. Nice. 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 Untertitelung des ZDF, 2020